Ich gebe dir jetzt genau 5 Minuten Zeit, dir mal selbst zu überlegen, was das prägnanteste Zitat aus Jurassic Park wäre. Und, hast du eins gefunden? Ich schätze mal, der ein oder andere, wahrscheinlich sogar die meisten von euch, würden jetzt das Zitat auf einem Blatt Papier schreiben, Life finds a way. Also, das Leben findet einen Weg. Ein Zitat von Dr. Ian Malcolm, das auch wirklich genau auf das zutrifft, was in allen weiteren Jurassic-Filmen bis hin zu Jurassic World dominierend passiert. Wir können die Dinosaurier nicht einsperren, wir können die Natur nicht beherrschen, die Natur beherrscht uns, das Leben findet immer einen Weg. Zur Erkenntnis, dass Dr. Ian Malcolm recht hatte, kam Dr. Alan Grant zum allerersten Mal in Jurassic Park 1 aus dem Jahr 1993, als er mit Lex und Tim gerade vorm T-Rex entkommen ist und dann finden sie hinter einem Baum, hinter einer Baumwurzel plötzlich einige Eier. Diese Eier sind allerdings schon aufgeplatzt, das heißt, die Dinosaurier sind bereits geschlüpft. Grant hält auf einmal das Ei in der Hand und schwenkt es herum und sagt dann ganz bedeutungsschwanger, Malcolm hatte absolut recht, was natürlich auch stimmt. Habt ihr euch aber schon mal gefragt, was für Dinosaurier aus diesen Eiern geschlüpft sein könnten? Es gibt eine offizielle Antwort dazu und die erfährst du in diesem Video. Viel Spaß. Fangen wir einfach mal mit den Theorien an. Es gibt nämlich ein paar Theorien, die darauf hindeuten sollten, dass genau dieser Saurier aus den Eiern geschlüpft ist. Und zwar gibt es einige, die darauf hinweisen, das muss doch eigentlich eine Brut vom Tyrannosaurus Rex gewesen sein. Warum? Naja, kurz nachdem Dr. Alan Grant, Lex und Tim, nein Quatsch, er holt Tim aus dem Auto raus und flüchtet dann eben mit Lex und Tim zusammen vor dem herunterfallenden Auto, bevor es auf den Boden aufschlägt. Und kurz vor dieser Szene sind sie eben in das T-Rex-Gehege abgestiegen. Das heißt, viele gehen davon aus, auch die Szene, in der Dr. Alan Grant das Ei findet, muss noch in der T-Rex, muss noch im T-Rex-Gehege spielen. Das ist die Theorie Nummer 1. Hier lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Theorie Nummer 2 ist die Velociraptoren. Mal wieder, es sind immer die Velociraptoren. Hierzu ist die Aussage, oder hierzu geht die Theorie auf die Fußspuren am Boden im Sand zurück. Da sehen wir dann verschiedene Fußspuren, die eben von den Eiern wegführen. Und diese Fußspuren sehen, laut Theorie, exakt so aus, wie eben auch die Fußspuren, die wir später sehen, als die Velociraptoren wirklich aus ihrem Gehege ausbrechen und Robert Maldun und Ellie Settler diese Spuren in den Wald, in den Dschungel verfolgen. Mir ist jetzt hierbei aufgefallen, dass manche von diesen Fußspuren zwei Zehen haben, andere haben wieder drei Zehen. Das heißt, es könnten auch zwei verschiedene Saurier-Spezies sein, das wäre jetzt nur meine Theorie, aber kleiner Spoiler, die ist schon mal falsch. Die dritte Theorie hierbei war, dass es sich um die Galimimus handelt, denn hier hätten wir ein perfektes Foreshadowing auf das, was eben kurz danach passiert. Ob es jetzt wirklich Sinn machen würde und wie die Eier da hingekommen wären, keine Ahnung, aber vom rein Filmischen würde es Sinn ergeben, denn hiermit hätten wir ein Foreshadowing auf die Galimimus. Ich beantworte euch jetzt, welche dieser drei Theorien wirklich stimmt und präsentiere euch sogar die offiziellen Angaben und die offizielle Quelle, wo man das Ganze nachlesen kann. Was wir schon mal rausnehmen können, ist der Tyrannosaurus. Der hat sich hier nicht fortgepflanzt, nein. Zwar ist Blue in Jurassic World Dominion in der Lage, sich auch ohne Partner fortzupflanzen. In den Jurassic Park-Filmen allerdings war das noch nicht der Fall. In Jurassic Park war es noch so gewesen, dass wir eben Weibchen und Weibchen haben und dann aufgrund der Frosch-DNA von Fröschen, die ihr Geschlecht verändern konnten, konnten das auch einige Dinosaurier. Und dann wurde aus Weibchen ein Männchen und dann das andere beübrigt jetzt euer krankhaftes Kopfkino. Den T-Rex können wir also schon mal ausschließen. Jetzt haben wir eben das Thema Foreshadowing. Das habe ich eben gerade schon mal angeteasert. Foreshadowing ist eine filmische Sache, die sehr häufig genutzt wird, eben um darauf aufzubauen, aha, da passiert noch irgendwas. Und genau das ist auch hier der Fall, aber nicht mit den Galimimus. Auch die sind offiziell nicht richtig. Laut der kanonischen Website Dinosaur Protection Group, ich habe euch den Link der Seite mal hier oben ins Infofeld reingepackt, da könnt ihr gerne mal draufklicken, stammen diese Eier ganz klar von den Velociraptoren ab. Blende hier mal kurz das Zitat von der Homepage ein und dann können wir darüber quatschen, ob das wirklich Velociraptoren sein können. Auf dieser Website ist angegeben, auf der Isla Nubla Velociraptoren. Aktuelle Population gezählt drei. Okay, drei Velociraptoren könnte auch auf unsere Velociraptoren aus dem Film zutreffen. Könnte es nicht, denn die wurden getötet vom Tyrannosaurus Rex. Auch hier könnte man jetzt wieder einhaken, ja gut, aber man hat ja nicht gesehen, wie er sie gefressen hat, vielleicht sind die wieder aufgestanden und waren nur ohnmächtig. Auch dazu gibt es hier weitere Informationen. Im Jahr 1994, als die Isla Nubla eben einem Clean-Up, also als das Ganze quasi nochmal aufgeräumt wurde, nach dem großen Ingen-Vorfall, hat man eine Gruppe von jungen Velociraptoren gefunden. Also genau drei Velociraptoren, drei junge Velociraptoren. Des Weiteren wird auf dieser Website beschrieben, dass die Velociraptoren offensichtlich erfolgreich ihr Geschlecht wechseln konnten, um sich eben weiter vorzupflanzen. Also genau genommen, ich werde es hier nochmal einblätten, wird eben beschrieben, dass sie ihr Geschlecht ändern konnten, erfolgreich ändern konnten, und sie haben uns sogar geschafft, mit dem Ausbrüten zu beginnen. Diese Information würde nun also komplett auf die Eier zutreffen, die Dr. Alan Grant hier findet. Noch dazu wäre es, genau wie bei den Galimimus auch, ein ziemlich cooles Foreshadowing, auf das, was eben später noch einmal passiert. Denn die Velociraptoren nehmen auch im Jurassic Park 1 eine enorm große Rolle zum Schluss ein, und hier hätten wir dann quasi das erste Mal ein Foreshadowing zu dem, was passiert. Da kann man sich jetzt wieder Gedanken drüber machen, ja, aber die Velociraptoren, wann sollen die denn die Eier gelegt haben, wenn sie da ausgebrochen sind? Wir wissen ja nicht genau, wann sie ausgebrochen sind. Wir sehen ja später nur, dass sie bereits ausgebrochen sind, als Robert Maldun und Ellie Settler aus dem Kontrollzentrum herauskommen, und wir sehen dann eben, dass das Gehege schon längst kaputt ist, und die Velociraptoren sind bereits durch den Sand in den Dschungel reingelatscht. Sollte einer dieser Saurier dort rechte gewesen sein, könnt ihr eben die Eier dann letztendlich dort abgelegt haben, wo Dr. Alan Grant und auch die Kids dann eben später die Eier finden. Dass sie so schnell ausgeschlüpft sind, würde mit den Wachstumshormonen zu tun haben. Aus diesem Grund, ja, würde es Sinn machen, wenn die Velociraptoren schneller geschlüpft wären. Warum sie allerdings nicht bei den Eltern waren, auch hierzu gibt es eine relativ eindeutige Theorie. Die Eltern waren einfach auf der Jagd. Was wir dann auch später im Verlauf des Films, den als Robert Maldun leider zum Opfer fällt. Wurde er vielleicht auch zum Futter? Für die Baby-Viraptoren, man weiß es nicht. Warum wir keine Fußspuren der großen Velociraptoren gesehen haben, vielleicht waren sie da, vielleicht wurden sie eben einfach nur nicht wahrgenommen. Auf jeden Fall ist die offizielle Antwort der Dinosaur Protection Group, einer Homepage, die offiziell zum Kanon der gesamten Jurassic-Reihe gehört, dass es drei junge Velociraptoren gab, dass die Velociraptoren es geschafft haben, ihr Geschlecht zu ändern, sich fortzupflanzen und auszubrüten, und Dr. Alan Grant hat zufällig diese Eier gefunden. Das wären dann ziemlich viele Zufälle. Ich meine, das wäre auf jeden Fall die Antwort, der wir doch eigentlich jetzt hier das Siegel offiziell auf die Stirn klatschen könnten, meiner Meinung nach. Wie stehst du zu dieser Theorie? Meinst du, dass die Aussagen der Dinosaur Protection Group mit denen, was wir in Jurassic Park eben sehen, wo Dr. Alan Grant die Eier findet, dass das übereinstimmt und zusammenpassen könnte? Oder hast du vielleicht ein paar Infos für mich, die ich übersehen habe? Habe ich vielleicht irgendeinen Denkfehler dabei? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Meiner Meinung nach ist es glasklar, das sind Velociraptoreneier. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.